Die politische Großwetterlage ist ein bisschen angespannt mit der Türkei und den höchsten Verlagen auf der Messe, Staatspräsidentenbesuch. Und deswegen gibt es auch in diesem Jahr große Taschenkontrollen. Aber für alle, die keinen Rucksack dabei haben, gibt es eine sogenannte Fastlane, nämlich der Hintermeer. Hinter der Rolltreppe ist so ein kleines unabhängiges Schild. Und das sieht man aber erst dann, wenn es ein bisschen voller ist, mitten in dem Pulk steht und dann die Taschen so mittelsorgfältig durchwühlt werden. Also unser Tipp, mit Leistung Gepäck anreißen und die Fastlane nehmen.